DART! 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 Wir machen gerade Ace of Space und wir bauen den Spawn ab. Ein bisschen Trollen, macht auch was von. Besonders auf dieser Map ist der Spawn sehr schwul. Spawn ganz schön weit oben ist und wenn man der Spawn abgebaut ist... ...fallen sie alle aber runter. Wie man schon hört, irgendwo schießen sie, irgendwo sterben sie auch schon. Soll ich anfangen in der Mitte schon mal alles wegzumachen oder seitlich weiter? Was? Aber diesmal bleibe ich hier, also bleibe ich nicht davor. Wir haben das nämlich schon einmal versucht und da sind wir halt beide gestorben und dann hat irgendein anderer das kaputt gemacht. Und dann waren wir ganz schön... Oh, 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 shit. Oh, hier ist ein Gegner. Und dieses Spiel hat nur sagenhafte 1,99 gekostet, aber im Summer Sale ja momentan ist ja dieses komische Sale. Ich bin tot und ist einer... Ja, ich bin tot und ist einer. Ja, ich bin tot und ist einer. Ja, ich bin tot und ist einer. Ja, ich seh ihn da hinten. Oder ist das was ein? Ja, egal. Ich bin blau und... Oh, ja, das war er. Hab ich grad gemerkt, als hab ich mich grad erschrocken. Ja. Ja, ich wusste, wusste ich, ich will sie schießen. Oh. 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 Oh, ich hab' den grünen Arten in die Kurschmier. Also... wie schnell sind ja eigentlich auf dem Server. Was? Die schnellste Warnung wird sonst nicht. Naja... Ich hab die Brücke schon mal abgebaut. Ja, die sind hier gerade in so einem Spawnland, das ist total scheiße. Okay, wir machen weiter, wir machen weiter bis die sich scheiße Brücke gibt. Es bleibt nur 10 Minuten Zeit, um bis hin zu trollen und hinter uns hin zu verdauen. Ich hab ihn gekillt. Das war sehr nett, nur ich auch nur noch 3 HP. Und... Vielleicht muss ich sagen, das Spiel macht mir eigentlich sehr lolle Spaß. Sehr lolle Spaß? So für so wenig Geld macht mir mega Spaß. Die Mappi sind unterschiedlich. Aber es gibt auch manchmal 10, da ist es einfach nicht mehr so spaßig. Ja. Aber das ist aber sehr selten. Und was mich auch hier negativ aufhält, ist in den Serverlisten, dann steht da manchmal, dass 24 Leute drauf können und dann kommen doch nur so 10 Leute drauf. Und dann können wir beide halt nicht mehr joinen. Ja, das ist total kacke. Ich glaube, wir sind gleich durch mit dem Spawn. Glaube ich. Also ich hab hier nur die Wand. Ach, wir sind immer noch viel auf dem Server. Jo, darum sage ich, also der Spawnabbau und der Spawns wäre bestimmt schlecht hier. Ja, das wäre glaube ich Vorteiler für die Leute, die hier sind. Die oben dann campen. Mit der Sniper. Und dann auf einmal runterfallen. Ja, das habe ich auch in dieser Map vielleicht eigentlich nur noch gesnipert, aber das gibt es nicht. Davon gibt es aber auch sehr viele Maps, die nur für Sniper gemacht sind, so gesehen eigentlich. Ja. Ja. Bist du tot? Ja, ich würde gerade tot. Ich glaube noch, dass... Ne, hä? Wo hängt der denn jetzt noch? Hier hängt noch ein bisschen. Jetzt müssen sie noch irgendwo hängen. Sag, wenn du es zwei gefunden hast. Ja, ich komme gerade irgendwie nicht raus. Ah, hier hängt glaube ich nichts. Ah, jo. Wo haben die denn hier irgendwas? Weil mir ist dieses Schuss. Woher hat der denn noch? Hier, 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 jetzt pass auf, pass auf, warte, warte. Warte. Guck dir die Welt an. Kannst du sie angucken? Ja, ich gucke mir gerade den Spawner. Okay, doch nicht. Okay. Äh, fail. Äh, wo ist denn denn das letzte Stück hin? Ja, das ist auch spendig. Ich spiele mir. Äh, ich glaube hier bei diesem, äh, ich finde hier nichts. Oben hängt da glaube ich auch nichts dran. Doch, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's abbauen. Ja, warte, warte. Ich geh kurz auf hier rüber. Aber von mir aus kann es jetzt abbauen. Okay, und. Wuhuuu, weg geht es. Ja, ja. Und guck, wie viele Leute gestorben sind in der Kill-Dings. Haha. Zwei Leute, die wir einfach mal getötet haben. Und jetzt sind sie eigentlich schon in Richtung, welcher Fall ist schon einer das Spiel? Ach, warum? Das ist doch das geilste Spawn ever. Hier, ich bau jetzt sogar noch was Schönes hin. Äh, aber jetzt können wir eigentlich weiter tun, wenn wir einfach die andere Klassen nehmen und bauen Terme und sowas. Das haben wir letztens nämlich auch schon gemacht. Da haben es, guck dir mal bitte unser Team an, jetzt sind die Leften alle alle. Lobi verlassen, Lobi verlassen. Und dann haben wir gewonnen. Bäm, wir sehen uns. Team Deathmatch Blau. Da, jetzt sehen wir nochmal hier. Jetzt sehen wir nochmal, wie das vorher aussah. Da oben so ein kleines Bildchen, wo die normal aussahen. Da ist einfach alles weg. Waren wir nicht. Das sind meine Türme. Sind sie gebaut? Jaja. War schnell hingebaut, so. So, das war es dann eigentlich, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal, tschau